Was ist Mobbing wirklich? Herzlich willkommen bei Starke Kinder, starke Zukunft. Schön, dass du hier auf diesem YouTube-Kanal vorbeischaust. Mein Name ist Daniel Dudek und in diesem Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um das Thema Mobbing und was Mobbing wirklich ist. Denn da gibt es schon, wie ich finde, gewisse Widersprüchlichkeiten. Ich denke, es macht also Sinn, sich das mal genauer anzuschauen. Was macht man heutzutage, wenn Mobbing oder wenn man glaubt, dass jemand gemobbt wird oder wenn man nicht weiß, was Mobbing wirklich ist? Richtig! Man nimmt sein Handy in die Hand, man geht auf Wikipedia und liest einfach mal eine entsprechende Definition durch. Und das würde ich gerne kurz zu Beginn mit euch machen. Mobbing oder Mobben ist ein soziologischer, also als soziologischer Begriff, beschreibt das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, quälen und verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppen- oder Einzelpersonen. Lass uns das also mal auseinandernehmen. Mobbing beschreibt einmal wiederholtes und regelmäßiges, vorwiegend seelisches Schikanieren. Jetzt frage ich dich, ab wann ist etwas regelmäßig? Wenn man es jetzt viermal macht, ist das dann schon regelmäßig? Also wenn ich viermal ins Fitnessstudio gegangen bin, dann war ich ja regelmäßig im Fitnessstudio erstmal. Also war das dann schon regelmäßig oder müsste es jetzt über drei Monate gehen, zwei Monate? Also ganz ehrlich, die Definition sagt ja nichts aus. Also wiederholtes Schikanieren. Also was ist wiederholtes und was ist Schikanieren? Also wo beginnt Schikane, wo hört sie auf? Das wird im Endeffekt hier in diesen ersten Sätzen nicht deutlich. Aber viele benutzen genau diesen Satz. Dieses Mobbing ist eine Gruppe oder ein überlegener Einzeltäter gegenüber einem unterlegenen Menschen oder einer unterlegenen Gruppe. Und dass diese überlegene Gruppe über einen längeren Zeitraum seelische Schikanierungen, Demütigungen ausübt. Wann ist eine Gruppe überlegen, wann nicht? Wann ist etwas seelisch wirklich kränkend? Das sind ja alles Fragen, die bleiben unbeantwortet. Und ich erlebe es manchmal in den Schulen und das ist wirklich schlimm, dass gesagt wird, das ist ja noch kein Mobbing, weil das war ja noch nicht länger als drei, vier Wochen. So, das ist jetzt noch normales Hänsel. Und ich möchte an eine Sache ganz, ganz klar appellieren, nämlich an deinen und an den logischen Menschenverstand unserer Gesellschaft. Bei Mobbing dürfen wir nicht irgendwelche Definitionen zu Rate ziehen, nicht irgendwelche Zeiträume, sondern wir müssen eine Sache wieder hinkriegen. Es gibt Dinge, die kann man nicht in zwei Sätzen erklären, sondern nur im Dialog rausfinden. Und Dialog, das scheint ja mittlerweile echt schwierig geworden zu sein für Menschen. Mal miteinander reden, mal wirklich hinhören, mal wirklich empathisch sein. Weil Mobbing ist in meiner Welt kein Zustand, nämlich zum Beispiel der Zustand, dass ich über drei Wochen schikaniert wurde, sondern es ist ein individuell gefühlter Prozess. Und demnach kann man es überhaupt nicht definieren. Kind 1, Kind 2. Kind 1 wird in einer Tour mit dem Wort Brillenschlange geärgert. Das bedeutet jetzt schon seit drei Wochen hört der, du bist eine Brillenschlange. Kind 2 hört das auch, allerdings erst seit zwei Tagen. Kind 1 ist nach drei Wochen immer noch genauso wenig davon gekränkt, dass er Brillenschlange genannt wird, wie er wahrscheinlich auch in sieben Wochen noch nicht dadurch gekränkt ist, weil es ihm einfach komplett egal ist. Das heißt, Kind 1 ist einfach egal, was andere über ihn sagen, weil er weiß, hey du, ich muss die Brille tragen, ich finde sie auch schön, meine Eltern lieben mich, meine Freunde, die ich habe, finden mich auch gut, wie ich bin. Ist mir doch egal, ob fünf andere in der Klasse meinen, ich wäre eine Brillenschlange. Kind 2 wiederum ist bereits nach zwei Tagen am Rande seiner mentalen Kapazität, hat morgens Bauchschmerzen, will nicht mehr in die Schule, weil es ihn so sehr kränkt, dass er Brillenschlange genannt wird. Laut Definition wäre Kind 1 das gemobbte Kind, Kind 2 nicht, weil es ist ja erst seit gerade eben, seit zwei Tagen, und das ist ja schon immer einen längeren Zeitraum, eine Schikanierung, die wiederholt auftritt. Aber wenn dieses Kind sich doch gar nicht gemobbt fühlt, aber dieses Kind das Gefühl hat, es würde gekränkt werden, dann wird doch dieses Kind gemobbt und nicht dieses. Und es ist dabei doch auch vollkommen egal, was irgendeine Definition von irgendeinem schlauen Mensch dazu sagt. Dieses Ganze, alles muss in einem Satz runtergebrochen werden oder definiert werden, finde ich an manchen Stellen sinnvoll. Es macht schon Sinn, komplizierte Sachverhalte runterzubrechen. Aber Mobbing ist kein Zustand, sondern ein individuell gefühlter Prozess. Und das heißt, wir müssen wirklich in Dialog mit Menschen sein. Wir müssen den Kindern zuhören, auch als Lehrerin und Lehrer, als Erzieherin oder Erzieher. Gilt nicht, ja, aber nach Definition ist das noch kein Mobbing. Wenn sich das Kind individuell gemobbt fühlt, dann müssen wir anfangen zu reagieren. Und zwar bei dem Kind. Bei dem Kind, was drei, vier Wochen das Gleiche erlebt, aber es ihm drei, vier Wochen komplett egal ist, können wir eher sagen, hey, mega cool, wie du damit umgehst. Super, ignoriere die einfach und geh weiter deinen Weg. Hier muss aus meiner Sicht eher bestärkt werden, du bist auf einem guten Weg. Hier müsste geholfen werden. Und zwar vollkommen egal, was irgendwelche schlauen Menschen als Definition zu diesem Thema aufgestellt haben. Dialog mit Kindern und Jugendlichen führt zum Erkennen von Mobbing und auch zur Lösung. Sich hinter Definitionen verstecken, die es irgendwo gibt, um nicht ins Handeln zu kommen, ist falsch. Ende. Es ist einfach falsch. Deswegen tritt in Dialog mit deinem Kind. Hör dem wirklich zu. Wenn dein Kind sagt, ich bin total gekränkt und es sich auch traut, das zu sagen, weil du es nicht ständig verurteilst oder sonst was, dann hast du die beste Möglichkeit, auch schnell und frühzeitig zu erkennen, hier leidet jemand. Und dabei gilt dann auch nicht, ja, aber so schlimm ist es doch nicht. Natürlich würde ich als Daniel Dudek auch eher sagen, hey, wenn man Brillenschlange genannt wird, so schlimm ist das doch nicht. Aber wer bin ich, das überhaupt über jemanden überzustülpen, der vielleicht gerade leidet? Wenn dieses Kind individuell nach zwei Tagen schon am Ende seiner Kapazität ist, müssen wir eingreifen und helfen. Das bedeutet nicht, dass wir dann so eine Anzeige erstatten. Nein, das heißt dann eher, dass wir dieses Kind stärken, dass es lernt, so zu werden wie Kind 1, was immer dieses Teflon hat, dieses Boom, mich beleidigt jemand, weil es prallt an mir ab. Wir müssen diesem Kind also jetzt helfen, da hinzukommen. Aber nicht sagen, hey, es ist jetzt seit zwei Tagen, dann muss ich jetzt durch. Das wäre albern, weil damit ignoriert wird, dass Menschen individuell unterschiedlich fühlen und unterschiedliche mentale Kapazität haben, um Dinge auszuhalten. Weg von Definitionen hin zu Dialog. Weg von Verstecken hinter Aussagen hin zu echten Gesprächen mit Menschen. Was ist Mobbing also wirklich? Mobbing ist ein individuell gefühlter Prozess. Mobbing ist wie ein Dämon, der sozusagen über einen schwebt. So die einen, wenn sie zum Beispiel einen Horrorfilm geguckt haben und sich vorstellen, da ist ein Dämon, wissen sie, ey, ist mir doch egal, ist nur ein Film. Andere haben richtig Angst. Heißt also, anstatt alle über einen Kamm zu scheren, muss individuell hingeschaut werden, damit der Dämon frühzeitig erkannt wird und aufgelöst werden kann, sodass die Kinder wieder glücklich sind, fröhlich und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Mobbing ist ein individuell gefühlter Prozess. Also, als Lehrerin und Lehrer, als Erzieherin oder als Elternteil, sprich wirklich mit den Kindern, mit denen du zu tun hast. Geh in Dialog, dann kannst du auch helfen. Wie siehst du das? Was ist Mobbing für dich? Wie würdest du es definieren? Gehst du mit meiner These mit, dass man es nicht definieren kann, sondern im Dialog sein muss? Oder sagst du, nein, wir brauchen eine Definition, damit die Schulämter und so weiter sich an etwas halten können? Bin gespannt auf eine Diskussion und eine respektvoll geführte Debatte in dem Kommentarbereich. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du mehr sehen möchtest, schau gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Auf Instagram, Facebook oder auf meinem Podcast Starke Kinder, starke Zukunft. Außerdem ganz wichtig, damit du hier nichts verpasst, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke. Wenn auch du Kinder nachhaltig für die Zukunft stärken möchtest, dann schau doch mal bei unserer Ausbildung vorbei. Wir bilden dich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Auf www.starke-urne-muckis.de bekommst du mehr Infos dazu. Tja, und jetzt werden dir hier irgendwo noch weitere Videos und Playlists eingeblendet, damit du weiter auf diesem Kanal stöbern kannst. Danke, dass du hier bist.